Frau Sext, wie hat Ihnen Frau Merkel heute gefallen? Sie hat Angela Burr und sie hat natürlich Deutschland vertreten in ihrer seriösen Art. Und sie hat stolz auf unsere Bundeskanzlerin. Und natürlich hat sie ihre Meinung dargelegt für den Euro und natürlich auch für Europa, den man gespalten oder nicht gespalten gegenüberstehen kann. Aber sie hat sie sehr, sehr gut dargestellt in Deutschland. Danke. Bitte.